Hallo Modellbo-Freunde, ich bin es wieder euer Chris. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir, schön, dass ihr reinguckt. Und ja, was machen wir heute? Also wir werden heute auf jeden Fall rausgehen. Dann möchte ich euch zeigen, wie ich eine neue Karosserie gemacht habe für den Desert Buggy. Und dann werde ich euch nochmal ganz kurz mit dem Short-Cross rausgehen von Team Der Ranger. Ich habe mir hier eine neue Kombo eingebaut. Ja, um welche Karosserie geht es? Es geht um die hier, genau, ich habe die schon fertig. Und die gucken wir uns auch später nochmal genauer an. Und ja, ich werde dann die Scheinwerfer auch noch daran bringen. Aber darum geht es jetzt nicht. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz raus mit dem June Fighter und mit dem Desert Buggy. mit der Karo. Und ja, dann sehen wir uns hier nochmal zurück. Bis gleich. 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 Soll ich das nicht. Schreie Das war's für heute. ja freunde da sind wir wieder zurück und mit dem dream fighter hat es auf jeden fall richtig geil spaß gemacht wieder mit der rampe macht auf jeden fall bock vor allen dingen mit lipo geht er richtig ab die kiste das finde ich gut macht spaß kann man machen und jetzt mal zu der karosserie die habe ich selber gemacht wisst ihr kann man sehen typisch mein style ich blende hier mal ganz kurz ein paar bilder ein also wie der ablauf ich hab da extra kein video gemacht ihr wisst auch warum genau weil ich ja immer zu karosserien videos gemacht habe etliche videos und irgendwann ist es mir auch ein bisschen zu viel bin ich ehrlich deswegen guckt einfach mal ein paar bilder an hier ja war echt viel arbeit aber ging schnell muss ich ehrlich sagen hat nur zwei tage gedauert also anderthalb tage nur und ja kann sich sehen lassen ich werde die scheinwerfer auch noch dran machen aber jetzt geht es erstmal genau um den short course ich habe den nämlich wieder aufgebaut bzw der war ja gar nicht kaputt aber hinten bei dem querlenker da hatte ich ein problem diese stange dass er dieser stift der daran sitzt vom querlenker da hat irgendwas gefehlt bzw ist irgendwie rausgerutscht und da habe ich komplett auseinander gebaut und da wieder diese kugeln dazu reingemacht die da reingehören damit der stift richtig sitzt und jetzt funktioniert das auch wieder einwandfrei das finde ich gut ich will mir dafür noch andere räder kaufen aber die haben 14 mm haben die mitnehmer mit 14 mm das ist also kein standard also für team die render ist der standard aber normalerweise ist ja für zehn zu eins modelle ist ja zwölf millimeter für sharp course standard und deswegen ich habe schon geguckt ob ich komplett räder finde aber ich habe nichts gefunden gar nichts also muss ich mir original von team die render noch mal neue felgen kaufen und dann halt noch mal neues profil ja also da führt kein weg dann vorbei muss ich machen ja den werden wir gleich mit lipo fahren draußen mit mit 2s denke ich reicht mehr kann der regler auch nicht ab und ja ich würde sagen bis gleich so leute wieder sind wir draußen heute ist mal besseres wetter als letztes mal ich habe mitgebracht den short course von team der render der hatte nur heck antrieb aber das ist nicht schlimm ich habe eine andere brushless combo eingebaut und ja mit zwölf turns mit 2s lipo und ein blue bird servo habe ich auch eingebauten neuen ja wollen mal gucken wie schnell die kiste ist wir machen jetzt kein speed test oder sonne darauf habe ich gar keinen bock das können wir mal irgendwann anders machen mit dann hier zusammen ich wollte einfach mal gucken wie der mit lipo mit der neuen combo abgeht und das gucken wir mal ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, geht auch schon mal ganz gut ab, muss ich echt sagen. Ja, Freunde, jetzt sind wir wieder zurück und ja, war heute mal ein Tag ganz anders. Ich hoffe, euch hat es gefallen und im nächsten Video gehen wir wieder mit Daniel raus, beziehungsweise vielleicht. Vielleicht machen wir auch in der Zeit noch was anderes, aber das werdet ihr dann sehen. Und ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass ich mal wieder Zeit gefunden habe, ein Video zu machen und ich wollte mich nochmal bei allen Leuten, die sich jetzt neu im Forum registriert haben, also angemeldet haben, echt geil, finde ich das richtig gut. Und wir haben echt super nette Moderatoren im Forum, die helfen euch auch, so wie ich. Ich bin auch jetzt des Öfteren online, weil ich ja auch mit dem Handy immer online bin. Und ja, bei Facebook bin ich nicht mehr so oft online, also fast gar nicht mehr, also selten, weil wegen den AGBs und so. Es ist jetzt gar kein Thema, also jetzt das Video, es geht nicht um Facebook oder so, da kann ich mal ein extra Video drüber machen oder ich schreibe das ins Forum rein. aber bei Facebook hat sich so einiges geändert und da wird sich noch mehr ändern, was ich da gehört habe und das wird immer unattraktiver, also Facebook. Und deswegen weiß ich nicht, ich halte davon eigentlich nichts. Es gibt auch, ich glaube, Belgien, die verklagen die jetzt auch und das ist nicht mein Bier. Euer Bier ist das auch nicht, da haben wir auch gar nichts mit zu tun. Ist nur schade, finde ich, traurig ist das, so eine schöne Plattform so runter zu machen, wegen den AGBs, also Datenschutz, ist bei denen so klein geschrieben. Aber, ja, das ist nicht unser Bier, wie ich gerade gesagt habe. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann macht einen grünen Daumen. Ihr könnt mich in meinem Forum besuchen unter www.er-chris.com Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Ciao! 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 Ciao!